was geht ab liebe leute herzlich willkommen zum wahrscheinlich schnellsten video das wir seit sehr langer zeit gemacht haben und mit schnell meine ich das was wir heute zum fahren haben leute das ist glaube ich das schnellste straßen zugelassene fahrzeug das ich bisher in die finger bekommen habe wir haben einen 991.2 turbo s mit nicht serienmäßiger leistung sondern mit knapp 1000 ps leute der ist von 9ff komplett modifiziert und wir haben heute die chance ihn zu fahren na der war heute bei uns auf dem prüfstand schon gewesen wir hatten 950 ps und 1123 nm drehmoment also das ist ganz wild ich habe ein bisschen schon gesehen was für zeiten man damit fahren kann es ist ganz ganz krank werden wir alles ausprobieren ansonsten ist das auto serie es ist ja schon ein bisschen ein kleiner wolf im schafsfeld natürlich ein turbo s wissen die leute das ist krass aber ich glaube das wird schon noch mal eine ganze nummer wilder das einzige was nicht serie ist vollständigkeit abgasanlage ist nicht mehr serie bin mal gespannt wie das jetzt gleich klingt wie das scheppert aber ansonsten relativ brav schaut auf jeden fall geil aus hier wir ballern euch jetzt mal ein paar bilder rein und verlieren keine zeit lass rein und richtig durchtreten wir können jetzt mal ein paar 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 Alles klar. Jetzt heißt es Bescheid. Da schneide ich mich doch lieber mal noch Andi an der Stelle. Willkommen an Bord, Leute. Es gibt eine kleine Änderung zu sonst. Jens fährt nicht mit, sondern der liebe Martin, der heute auch mit dem Auto hergekommen ist. Das hat versicherungstechnische Gründe. Richtig? Genau. Also es wird aufgepasst, dass wir hier keinen Quatsch machen. Ist ja auch verständlich bei so einem Auto. Zum Motor kann man sagen, der ist ja wirklich nochmal komplett überarbeitet. Das ist ein 70.000 Euro Umbau. Also die ganze Menge gemacht. Blenden wir mal ein bisschen ein, was alles verändert wurde an diesem Fahrzeug. Und ich bin echt extrem gespannt, was mich jetzt erwartet. Ich bin echt gespannt. So an sich kenne ich das hier drin ja vom GT2 S. Das schaut nicht viel anders aus. Aber was natürlich spannend ist, ist wie der Durchzug jetzt gleich sich anfühlt. Ja. Gut Spaß. Schon mal richtig top speed gefahren? Ja. Zweimal, ja. Respekt. Respekt. Weil 240 Grad geht ja richtig weg. Ja? Ja. Um was geht der Spitze? Das ist erstmal 340, 360. Das war das. 340, 360. Alles klar. Du kommst in der Wartung mit entgegen. Das zieht schon ordentlich. Ich habe ja GT2 S als Vergleich im Kopf. Ja. Aber das drückt schon, das drückt schon gewaltig. Leck mich im Arsch. So krass. Man denkt, man ist schon Vollgas und hat aber immer noch so viel, so viel Weg. Der GT2 hat glaube ich eine bessere Straßenlage, oder? Ja. Der hat halt den Eckflügel, den großen. Dadurch gibt es schon nochmal ein bisschen mehr Sicherheit auf der Hinterachse. Aber es schenkt sich jetzt nicht so viel, würde ich sagen. Der da ist echt schwer. Der da kam ja jetzt an. Und schäb. Und schäb. Und schäb. Und schäb. Und schäb. So kann man auf jeden Fall die Woche starten, den wir die sagen. Das klebt so geil auf der Straße, das ist wirklich was, was man außer bei Porsche fast nirgends kriegt. Mein Chef, wie gesagt, ist absolut Porsche-affin, hat ja auch Lambo und alle Ferrari. Er sagt, alles schrotten, er will keinen anderen außer Porsche. Ja, es stimmt aber auch. Er sagt, es schafft kein anderer Sportwagenhersteller wie Porsche. Das Fahrfeeling ist auch so. Also wenn man einen anderen nimmt, dann eher wegen Sound oder Optik oder sowas. Ich glaube, ich hatte gerade keine Leistung. Bitte? Jetzt hat er, glaube ich, gerade keine Leistung. Hier wieder gönnt er sich mal einen Moment. Irgendwas riepilliert hinten. Das ist klar, Leute. Wir fahren mal vorsichtig mal. Das ist ein bisschen wieder weg. Das zeigt nichts anderes. Soll ich mal schauen, ob er Leistung hat? Ja, probieren wir es mal auf. Ich bin mal dezent. Dann machen wir. Da kommt nichts mehr. Ja, Leute, das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Super ärgerlich. Ich hätte auch schlechter laufen können. Also wir haben zumindest mal so nichts kaputt gemacht. Aber hinten am Auto war irgendwas am Rasseln. Turbos haben nicht mehr gearbeitet. Können wir jetzt natürlich auf die Schnelle hier nicht prüfen. Das muss die Firma machen, die den Umbau gemacht hat. Porsche könnte das theoretisch machen. Aber die langen da nichts mehr an, wenn das nicht Serie ist. Ist auch ein Grund, warum ich nicht so dieser Fan bin von GT2 S was umbauen. Porsche mag das nicht. Von dem her, ja. Hat mich heute eigentlich wieder ein bisschen bestätigt. Diese krassen Motorenbauten. Du hast halt immer Ärger damit. Du hast irgendwie immer Probleme. Ich erlebe das selten, dass Leute in dieser Leistungsregion dauerhaft Spaß mit den Autos haben. Sondern irgendwas geht immer kaputt. Naja, sei es drum. Wir haben das Video jetzt trotzdem released. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr es trotzdem sehen wollt. Ja, wir hätten natürlich gerne noch zeitengemessen da noch mehr gemacht. Aber manchmal ist es so. Manchmal steckt man da nicht drin. Und generell auf jeden Fall ein Thema, wenn ihr uns ein bisschen helfen wollt, was Autos angeht. Weil natürlich, ja wir uns teilweise auch jetzt gerade jetzt in der Corona-Zeit, weil nicht so viel passiert. Uns auch ein bisschen schwer tun, ständig an Autos und Fahrzeuge zu kommen. Es passieren keine Events oder Dinge, wo man hinreist. Also wenn ihr uns da helfen wollt, haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet. DeinAuto at DanielUp.de Wenn ihr ein cooles Fahrzeug habt und denkt, ey, das wäre doch mal was. Schreibt uns bitte gerne. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr uns da helft. Ich habe schon einige von euch, die mir immer auf Instagram schreiben. Aber mit einer E-Mail-Adresse ist das für mich dann leichter zu sortieren und zu finden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns da helft. Auch für das Thema Drag Race natürlich ganz, ganz wichtig, da ein bisschen Auswahl zu haben. Und ja, sorry, dass wir heute nicht mehr machen konnten. Wir haben trotzdem das Beste draus gemacht. Ich wünsche euch einen geilen Tag, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's. Bis zum nächsten Mal. 0 – 0 Untertitelung des ZDF, 2020